Weißt du was? Weißt du was? Weißt du was, Baby? Komm mal her, komm mal her. Jetzt machen wir noch ein Lagerfeuer, ne? Jetzt mach mal hier weg, Alter. Jetzt machen wir ein Lagerfeuer. Hau mal in den Kopf, hau mal in den Kopf. Nein, nicht so fest. Hau mal erst mal leicht. Komm, drei, zwei, drei, zwei, drei, zwei, drei, zwei. Ah, noch mal. Ah, noch mal. Ah, ich spitz das in meinem Augenblick. Was ist was wir brauchen? Ey, 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 sei mal leise, guck mal. Scheiße, Alter. Wenn das mein Vater sieht, ne? Papa, alles gut. Na ja, dein Sohn ist Architekt geworden. Kein Streamer. Dann nimm ich's doch, dann nimm ich's. Hör auf damit, hör auf damit. Brich meinen, brich meinen Stock nicht ab. Brich meinen auch nicht ab. Wir haben die Brude wieder auseinander genommen wegen euch. Ne kleine Marshmallow-Runde machen wir jetzt, ne? Wenn ihr auch Marshmallows wollt, nächstes Mal machen wir hier mit ein paar Zuschauern ne kleine Marshmallow-Runde. Wir wollen ja natürlich auch, wir haben also Hunger mitgenommen extra. Ey, mein Stock ist abgebrochen. Mann, bleib mal still. Mehr ein, wer dummer ist als wir. Puh, ich glaub, da gibt's keine, das bin ich ehrlich. Ey, denn die haben wir einfach von der Wildnis mitgenommen, ne? Ja, da haben die Hunde dran gepist. Wie macht man die überhaupt dran? So, jetzt wird das Feuer erst mal angemacht. Was wollt ihr machen? Wir machen jetzt ein Lagerfeuer. Da ist ein Lagerfeuer. Da ist ein Lagerfeuer. Die machen wir jetzt an. Junge, Alter, was ist das ja? Ah! Ah! Ey, mein Kopf! Ey, du musst uns erstmal eine Konstruktion zusammenstellen. Ey, der Kopf ist gebrochen, ja? Ey, das brennt gleich hier richtig krass, ne? So, gib mir mal Holz, gib mir mal Holz. Warte, wir müssen ein Signalwort machen. Wenn ich sage... SOS-Wort. Warte, nein, wenn ich sage Alarm für Cobra 11. Kannst du mal bitte ruhig sein, wenn ich hier ein SOS-Wort mache? Okay. Wenn ich sage Alarm für Cobra 11, ruft die Feuerwehr. Ich meine jetzt ernst, wenn ich sage Alarm für Cobra 11. Alter, ja. Du riechtst mich richtig auf. Ey, lass ich sprittern mit den Nägeln. Komm mal auf, bist du doof? Da war Nägel drin, der haut das auf meinen Kopf. So ein Freund bist du? Feuer. Du kleines Dummkopf, Alter. Du hast es jetzt hier nass gemacht, ja? Wie kann man so doof sein? Sag mir nicht, was ich machen muss. WADIS OMA! Komm so aus. Wir haben noch Haarspray, packen wir ein bisschen drauf. Nein, nein, wir wollen es doch essen. Hör auf, Mann. Ey, es gibt einen Lagerfeuersong. Warte mal, sind wir hier im Kindergarten oder was? Ja, aber die können wir erst noch anmachen, wenn es läuft. Warte ist nicht kaputt gegangen. So, Freunde, ihr habt jetzt die Chance. Wir machen jetzt hier ein kleines Lagerfeuerchen, ne? Ey, jetzt ein kleines Lagerfeuerchen. Oh, so eine Minute und geht rein. Marschmehr los. Haben wir jetzt ein kleines Lagerfeuerchen? Wir machen jetzt ein kleines Lagerfeuerchen mit dem Marschmehr los. Komm mal auf Twitch rein, ja. Ist das eine gute Idee, Freunde? Warum bringt keinen Grillanzünder? Ist das eine gute Idee, Freunde? Boah, das stinkt wieder hier. Ich glaube, wir müssen einmal Haarspray drauf machen oder nicht, Chad? Nein, nein, lass mal kurz erstmal. Was sagt ihr, Chad? Haarspray drauf auf die Olga oder nicht? Lass mal erstmal, das ist gefährlich. Das ist eine ausgezeichnete Tee. Nur das Beste hier auf Twitch. Ein Piece. Oha, geil! Da passiert gerade was. Guck mal, da kommen ja keine Flämmelchen raus. Hey, 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 Kollege, Fenster zu. Du störst mich, mein Freund. Bei meiner Arbeit. Ey, da kommt schwarzes Rauch raus. Das ist nicht gesund. Schwarze Rauch nicht gesund? Nein, nein. Das ist so ein Papper. Wir machen mal auf, lieber. Haarspray, Jordan. Haarspray. Pass aber auf, dass du nicht mich triffst. Das kann über sich besser zu nicht. Oha, hey, kollege, kollege. Oh mein Gott, das Kohlenstoff zieht oder wie das heißt. Na, mach mal lieber. Habt ihr einen Feuermelder? Ne. Werden wir ja gleich erfinden. Ey, 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 ey. Ey, ey, jetzt, jetzt, jetzt. Ey, es brennt. Ey. Schüttt einfach mal den Vibe und macht einfach mal ein paar Videos sexy. Und schickt uns die mal gerne. Könnt ihr auch ruhig posten, wenn ihr wollt. Schicken, posten, einen runterzacken. Äh, ihr wisst schon. Das Lagerfeuer, wir machen jetzt, ich mach jetzt einen eigenen Song. Guck mal. Sammy und Jordan saßen eines Tages im Stream. Und sie dachten sich, sie machen ein Lagerfeuer. Sie sind on Stream. Der Jordan macht die Marshmallows und macht seine Lippen dick. Der Sammy denkt sich nur, oh Mann, suck my dick. Aber egal. Wir singen hier am Lagerfeuer. Dieses eine Lied. Dieses eine Lied. Mit den Marshmallows auf diesem Beat. Wir singen hier am Lagerfeuer. Am Lagerfeuer. Nein. Ich sag was und du sagst dann was und ich sag immer am Lagerfeuer. Wir sitzen hier am Lagerfeuer. Und wir sind schon wieder live. Wir sitzen hier am Lagerfeuer. Und wir wissen nicht, was wir hier machen. Gib mir ein L. L. Gib mir ein A. A. Gib mir ein G. G. Gib mir ein E. E. Gib mir ein R. R. Gib mir ein F. Wir brauchen neues Holz. Gib mir ein F. Gib mir ein E. E. Gib mir ein U. U. Gib mir ein R. U. R. Lagerfeuer. Wir singen hier am Lagerfeuer. Das war mein Lagerfeuer. Mach mal deinen Kopf da rein. Das ist heiß. Ey. Mach mal dieses fest. Ey. Warte mal. Ey Bruder. Du verstehst das nicht. Wenn man seinen Kopf da reinmacht, wird es heiß. Ich schwöre. Ja. Ey. Das wird heiß. Ja. Nicht so viel. Nicht so viel Bruder. Ich schwöre. Die Decke brennt gleich. Sag mal echt. Ist das normal? Oder wie machen wir das jetzt? Darf man das machen? Ja. Halt mal dein Marshmallow hier. Genieß mal diesen schönen Moment. Also Freunde. Wir haben so viele Sorgen in unserem Leben. Und das beruhigt einen. Deswegen mach das einfach zu Hause lieber nicht nach. Also nur wenn ihr Depressionen habt. Das Holz war die Beste. Hast du mich erschrocken jetzt? Chrissy Machine sagt, warte ist Oma. Warte ist Oma. Warte ist Oma. Wir sind gerade hier am Lagerfeuer. Und du weißt ganz genau, die Rechnung wird bald teuer. Weißt du was das Problem ist? Ich und Sammy zahlen Steuern. Why lady? Why really? Und weißt du warum wir das gerade hier machen? Weil wir gestört sind. Und das ist die einzige Frage. Wir sitzen hier am Lagerfeuer und haben ziemlich Spaß. Das ist doch nur einmal im Jahr wie meiner einmal im Jahr. Wir sitzen hier am Lagerfeuer und haben auch ziemlich Spaß. Das ist ein Lagerfeuer, Lieb. Wir haben auch ziemlich Spaß. Lager, 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 Lager. Der Vermieter knallt mich gleich in meinen Arsch. Aber wir sitzen am Lagerfeuer und haben viel Spaß. Ey. Ey, ey, wir können nicht essen. Wir können nicht essen. Freunde. Kommt Video. Ey, warte mal, warte mal. Bevor wir die essen, ausmachen. Oh, guck mal, die Sache auch. Oh, mach aus. Oh mein Gott. Mach aus. Ey. Warte mal, oh mein Gott. Ich werde nervös, aber das muss ich einmal hier mit euch auf dem Video teilen. Bisschen Lagerfeuer, ne? Der Sammy ist auch hier. Wir sind am Stream. Das ist doch mal sexy, ne? Oder nicht checkt? Ey, Geschmacksprobe. Geschmacksprobe. Ey. Warte mal. Sollen wir das nicht erstmal kurz... Ey, das ist viel Plastik. Ey, guck mal, wie die sich das ziehen. Wie geht es? Ey, ich habe ein ungutes Gefühl mit diesen Feuermannacken, ne? Mach mal da ein bisschen Platz. Ich glaube, die sind noch nicht durch. Darf man die Hülle essen? Ja, ich würde das auch gerne probieren, ne? Ey. Ey, mein Marshmallow brennt. Mein Marshmallow brennt. Ey. Wie unfair. Mein Marshmallow brennt. Darf ich das immer noch essen? Ja, darf man. Kann das essen? Nein, nicht schlimm. Nicht essen. Ganz normal. Essen. Ey, der Stuhl brennt. Junge. Der Stuhl war da dran. Der schmeckt nach Feuer mit Senf. Ey, Bruder, Bruder, Bruder. Ich mache das ernst. Lass mal ausmachen, Bruder. Guck mal. Boah. Scheiße, ey. Ich pisse da drauf. Geh mal. Geh mal. Geh mal kurz zur Seite, aber die sehen noch nichts. Ey, das war eine doofe Idee. Pff. Da riecht was über mich. Ey, ey, ey. Ey, Kollege. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Die Fensterbank gleich brennt wegen der Heizung. Stell dir mal, wir sitzen im Stream und auf einmal explodieren. Mein Kopf liegt da hinten. Ey. Trass anziehen. Campingstühle. Ich spiele Gitarre, du singst. Und hörst zu. Lagerfeuer. Brutzlerwurst. Bruder, was ein Stream, Freunde. Versprochen. Nächste Woche oder diese Woche noch. Bruder, was ein Stream will bein mustard. Bruder. Vielen Dank.